Ich muss mich jetzt im Moment auf dieses konzentrieren. Also wir zeichnen auf, meine Damen und Herren, New England Journal für diese Woche, das sah so aus. Es geht um eine 32-jährige Frau, die kommt rein mit blutigem Durchfall und irgendwelche Beschwerden. Man guckt rein und entnimmt eine Probe und sieht diese Dinge. Und wir sind hier mit einer Differenzialdiagnose konfrontiert und dies sind Wurmeier. Das muss ein bisschen geübt sein, um die Diagnose von Enterobiasis hier festzustellen, nämlich das ist, was dies ist. Und ihre fünfjährige Tochter hat dies auch und dies ist die häufigste Parasiteninfestation, die es auf dem Planeten gibt. Und die Hälfte aller Menschen auf Erden haben dies schon irgendwann mal gehabt. Und meistens geht es von alleine weg. Und man kriegt dies über eine Hand-Mund-Bewegung. Kann man sich vorstellen, wo das herkommt. Und diese kleinen Würmer sind ungefähr einen Zentimeter lang und man kann sie im Stuhlgang auch erkennen und die Eier sehen unter dem Mikroskop so aus. Und das Ganze ist wahrscheinlich kaum die Rede wert und meistens geht das von alleine weg. Der Peitschenwurm ist aber ein bisschen böser. Dessen Eier sehen anders aus. Die haben diese komischen Stöpseln an beiden Enden dieser Eier, sind ein bisschen länger. Die Durchfallerkrankung hier ist mehr ausgeprägt und mehr als Jucken. Dieser Patient hier hat einen Rektalprolaps von Durchfall wegen Peitschenwurm. Das ist auch ziemlich häufig. Und dann gibt es Strongyloides der Coralus. Das ist eigentlich eine Form von einem Hakenwurm. Dies ist der Zwergfadenwurm. Und da kommen Philarii, die durch die Haut bohren, die Enden dann in der pulmonalen, im kleinen Kreislauf, werden dann hochgehustet und nisten sich im Magen-Darm-Trag, wo sie jahrelang leben können. Hier ist das, diese Eier sehen so aus. Aber hier geht es eigentlich, weil diese Eier entschlüpfen können, während sie noch im Darm sind, ist man das Risiko einer Autoinfestation ausgesetzt. Und wenn man immunosupprimiert ist, dann ist dies ein großes Problem. Und das passiert bei HIV-Patienten. Und ich habe es auch schon in transplantierten Patienten gesehen. Und Strongyloides ist eigentlich ein ziemlich ernsthaftes medizinisches Problem. Das war aber nicht der Fall hier. Und das erste Thema im New England Journal geht es um akuter Hirnschaden. Und der kann traumatisch sein, aber auch durch Ischämie ausgelöst und führt natürlich zu Koma. Und unterschiedliche Beispiele und klinische Darstellung habe ich Ihnen gegeben. Aber es geht eigentlich darum, dass man die Patienten anguckt, sind sie wach? Und wenn sie wach sind, sind sie aufmerksam und sind sie stuporös oder kann ich gar nicht mit denen mich irgendwie kommunizieren? Und wie das zustande kommt und die Häufigkeit davon ist hier gezeigt. Jetzt diese Patienten werden ausgewertet mit der Glasgow-Koma-Skala. Hier geht es um beste Augenantwort, beste verbale Antwort und beste motorische Reaktion. Und wenn man vollkommen wach ist, dann kriegt man fünf Punkte für alle drei Sachen. Und dann hat man eine Glasgow-Koma-Skala-Auswertung von 15 Punkten. Dann ist alles in Ordnung. Aber wenn die Patienten überhaupt nicht reagieren auf irgendwas, dann kriegen sie nur drei Punkte. Und wenn sie ein bisschen reagieren, man kann diese Skala auch nicht medizinischem Personal beibringen in einer Notaufnahme. Und es ist sehr wichtig, dass das gemacht wird, weil das von großer prognostischer Bedeutung ist. Und weil auch die Verläufe der Patienten zu beobachten, ist auch enorm wichtig. Und darum wird das gemacht. Dann gibt es auch eine Glasgow-Outcome-Scale. Was passiert mit diesen Patienten, die in der Notaufnahme kommen mit einem schlechten Glasgow-Koma-Skala-Auswert? Gehen sie nach Hause und können sie sich selber versorgen oder nicht? Oder haben sie einen permanenten vegetativen Zustand, wie der arme Formel-1-Fahrer Herr Schumacher? Oder sind sie tot? Das kann man auch mit einer Skala auswerten. Dann ist das Problem auf Intensivstationen, wenn ich nicht mit den Leuten kommunizieren kann, können sie mich überhaupt verstehen? Sind sie eingeschlossen, walked in oder können sie überhaupt nichts wahrnehmen? Und meistens gibt man den Leuten Befehle, wie drücken sie bitte meine Finger mit ihrer linken oder rechten Hand. Und dann ein zweites Befehl, hören sie bitte auf zu drücken. Und wenn sie überhaupt nicht reagieren, könnte ja sein, dass der Patient das tatsächlich irgendwie kognitiv eingenommen hat, aber nicht auf das Befehl reagieren kann. Und das könnte man theoretisch feststellen mit einem Elektroencephalogramm. Und dann gibt es jetzt Computerprogramme, wobei die Maschine lernt. Algorithmen sind geschrieben worden, sodass die Maschine besser wird mit mehr Erfahrung, ob die Patienten darauf geantwortet haben oder nicht. Das wird Maschinenlernen genannt oder sogenannte Artifizielle Intelligenz. Diese Floskeln gefallen mir nicht, aber Maschinenlernen, das ist tatsächlich möglich, wenn Algorithmen geschrieben werden, sodass die Maschinen durch Erfahrung besser werden. Und das beste Beispiel ist der Rechner, der Schach spielt. Nämlich die Maschinen lernen, immer besser zu werden mit Erfahrung, weil sie so viele Möglichkeiten ausrechnen können. Das ist auch hier gemacht worden. Und was hier gemacht worden ist, hier sind Patienten mit akutem Dachschaden, wenn sie so wollen, die einen Glasgow-Kroma-Skala-Wert haben von sechs. Und dann ist die Frage, gibt es hier eine kognitive Motordissoziation? Das heißt, die können tatsächlich was wahrnehmen oder läuft hier gar nichts? Und von diesen 88 Patienten, die für diese Untersuchung in Frage kamen, haben sie 16 tatsächlich gefunden, wo der Rechner behauptet, ja, die konnten etwas aufnehmen. Sie konnten nur nicht motorisch auf dieses Befehl dann entsprechend reagieren. Und die meisten Patienten hier hatten Englisch als Muttersprache, obwohl Spanisch hier auch in Frage kam. Und wenn wir dann Endergebnis durch diese Glasgow-Endergebnis-Skala hier angucken, sehen wir, dass die Patienten, die tatsächlich hier etwas wahrnehmen konnten, die sind besser gefahren. Und die konnten dann, waren eher am Leben oder konnten sich vielleicht eher etwas selbst versorgen, obwohl die Ergebnisse hier immer noch ziemlich schauerlich waren. Aber mit dieser Messung konnte man Patienten tatsächlich identifizieren, wo die Prognose ein bisschen besser war im Vergleich zu Patienten, die gar nicht reagieren. Dann hat man dem Rechner auch beigebracht, wie sieht es denn aus bei den normalen. Und das kann der Rechner dann auch anwenden, um die Kranken zu beurteilen. Und hier ganz unten sehen wir die Patienten, die gar nicht reagiert haben. Aber die Patienten in hellblau sind tatsächlich die Patienten, die etwas reagiert haben. Und das hat der Computer gelernt, weil er es vergleichen konnte mit der Antwort bei normalen Menschen. Fand ich ziemlich interessant. Also Gehirnaktivierung, um rauszufinden, ist da hier eine Diskrepanz zwischen Kognition und motorischer Antwort oder ist es aussichtslos. Und das hat diese Studie gezeigt. Und das erinnert an Alan Turing. Der war der erste Informatiker, Computerinformatiker, der auch das deutsche Verschlüsselungssystem namens Enigma geknackt hat, mit der Hilfe von polnischen Mathematikern. Der hat die Hypothese im Raum gestellt, in 1950, es wird irgendwann so sein, dass der Mensch ein Rechner von einem anderen Menschen, wenn er die nicht sehen kann, nicht unterscheiden kann. Und das ist ja in der Tat genauso geworden. Wir sind dauernd konfrontiert mit Maschinen, wo wir sie nicht wissen, ist da ein Mensch dahinter oder ist es nur eine Maschine. Und wir haben auch letztendlich die Maschinen akzeptiert. Und dieses ist im Prinzip das Inverse davon, wo die Maschine beurteilen soll, ob ein Mensch dahinter steht, ob kein Mensch mehr da ist. Und dieser Alan Turing ist gequält worden wegen seiner Homosexualität und hat sich dann letztendlich das Leben genommen. Aber ich war auch daran interessiert, dass er einen Marathon laufen konnte, in 2 Stunden und 46 Minuten, was herausragend ist. Jetzt das nächste Thema geht es um Alpha-2-Adrenorezeptoren und deren Stimulation durch Dex-Methatomedin. Und das ist ein Clonidin-Abkömmling. Und Clonidin wird angewendet, um den Blutdruck zu senken. Aber Dex-Methatomedin wird angewendet als Analgosidierung bei Patienten, die Entzugsphänomene haben oder die agitiert sind auf Intensivstationen, wo dies häufig ein Problem ist, insbesondere bei Menschen, die mechanisch beatmet werden müssen. Und dann kann man den Zustand der Patienten durch die Richmond Agitation Sedation Scale hier beurteilen. Sind die Leute maximal aggressiv? Sind sie agitiert? Sind sie unruhig? Sind sie wach und ruhig? Das wäre wünschenswert. Oder sind sie ein bisschen schläfrig? Das ist auch okay. Oder sind sie überhaupt nicht weckbar, sodass wir ein EEG dranhängen müssen oder sowas ähnliches? Das wollen wir auch nicht. So wollen wir die Analgosidierung so machen, dass die Patienten vielleicht in diesem Bereich hier liegen, wo sie nur minimal sediert sind, aber nicht agitiert und aggressiv werden und aus dem Bett springen und ihre Zugänge rausziehen und ähnliches. So hat man Dex-Methatomedin verglichen mit Propofol. Die Kombination von Propofol und Midazolam, das ist das Übliche. Und die Hypothese ist, wird nämlich von den Herstellern behauptet, dass Dex-Methatomedin bessere Endergebnisse erzeugen könnte. So war das primäre Ergebnis tot, ohne Rücksicht auf Ursache nach 90 Tagen. Und das war eine Nullnummer. Da war ein Nullunterschied zwischen Dex-Methatomedin und den üblichen Mitteln. Und das war auch für die sekundären Endergebnisse so. Und wir können uns das angucken. Diese Richmond Agitation Sedation Scale war in beiden Gruppen nicht signifikant unterschiedlich. Und das war auch der Fall bei Patienten, die eigentlich einen Grund hatte, um besonders tief analogosidiert zu sein. Und da werden wir gucken, was brauchen die Leute an Zusatzmedikationen, um die klinisch gewünschte Analgosidierung zu erreichen. Und hier hat man Propofol und Midazolam getrennt, obwohl die üblicherweise zusammengegeben werden. Aber was wir hier merken, ist, die Dex-Methatomedin-Patienten brauchten häufig zusätzliche Analgosidierung, auch mit Fentanyl. So ist dies nicht jetzt ein Wunderheilmittel, was das anbelangt. Und unterschiedliche Untergruppen waren hier ähnlich. Aber Dex-Methatomedin kann man sich auch vorstellen, dass Pradikardie und Hypodension da häufiger vorkommen würde. Und das war in der Tat der Fall. So scheint es nicht zu sein, dass Dex-Methatomedin das letzte Wort ist in der Analgosidierung bei Patienten auf Intensivstation. Nächste Thema im New England Journal ist die progressive systemische Sklerose, sonst genannt Sklerodermie. Und Sklerodermie ist eine systemische Erkrankung, natürlich, aber Lungenfibrose ist ein häufiges Problem und eine häufige Todesursache. Und Lungenfibrose, für die haben wir vielleicht eine Behandlung. Nämlich wir wissen, dass bei der idiopathischen Lungenfibrose gibt es jetzt ein Tyrosin-Kinase-Inhibitor, Rezeptor-Tyrosin-Kinase-Inhibitor, der den Ablauf dieser Lungenfibrose verbessert. Und dieses Präparat heißt Ninterdanib. Und Ninterdanib blockiert Plätzchen-Derivierter, Wachstumsfaktor und VEGF und FGF-Rezeptor blockiert alle dieser Sachen und führt zu einem verbesserten Ablauf bei idiopathischer Lungenfibrose. So hat man dasselbe durchgeführt bei Patienten mit systemischer Sklerose oder Sklerodermie. Und der primäre Endpunkt hier ist Abfall in forcierter Vitalkapazität. Und dann hat man auch geguckt, ob die Patienten sonst noch profitiert haben, klinisch profitiert haben von dieser Behandlung. Und in der Tat war es so, dass der Abfall in Vitalkapazität gebremst war in den Patienten, die Ninterdanib gekriegt haben im Vergleich zu den Placebopatienten. war nicht berauschend, aber immerhin hat es einen Einfluss auf dieses Primärergebnis gehabt. Aber alle anderen Auswertungen, was sekundäre Endpunkte anbelangt, waren nicht signifikant unterschiedlich. Und dann Nebenwirkungen, ja, Durchfall, weiß nicht genau warum, aber das ist eine Nebenwirkung. Und abnormale Leberenzyme Enzyme und solche Sachen kamen auch vor. Aber insgesamt zeigt diese Studie, dass auch bei Patienten mit Sklerodermie und pulmonaler Fibrose, dass Hemmung von diesem Rezeptor-Terosin-Kinasen, wie ich erwähnt habe, den Ablauf hier verbessern könnte, obwohl man sonst keine klinischen Vorteile innerhalb eines Jahres feststellen konnte. Nächste Thema gibt es um einen Biomarker, der tatsächlich funktioniert. Und das sind kardiale Troponine. Und es gibt drei von denen. Eins bindet an Tropomyosin, eins hat eine inhibitorische Funktion und eins ist kalziumbindend, aber das spielt bei, außer in der Entwicklung, keine Rolle. Und wie Troponine funktionieren, ist hier abgebildet. Das sind diese grünen Dinger hier. Und gibt es kardiale Muskelschädigung, dann werden diese Sachen freigesetzt. Und Herr Katus aus Heidelberg hat an diesem Thema gearbeitet, auch schon in den 80er-Jahren. Und Troponinbestimmungen sind in den 90ern schon eingeführt worden und haben einen erheblichen Unterschied gemacht in der Behandlung von Patienten mit akuten Koronarsyndrom und Myokardinfarkt. Und mittlerweile gibt es hochsensitive Tests für Troponin-I und Troponin-T. Und beide sind meines Wissens gleich zu bewerten. Eins wird gemessen von der Firma Hoffmann-Laroche und der andere wird von Abbott gemessen. Sind beide gleich gut. Und das kalziumbindende Troponin ist nach der Geburt sowieso vorbei. So geht es hier um Troponin-I und Troponin-T. Dann das nächste Thema ist Chest Pain Units. So heißt das auch auf Deutsch. Das sind im Prinzip Brustschmerzambulanzen, wo nette Assistenten dann die Patienten mit Brustschmerzen sehen wollen. Die brauchen sogar von Kardiologie wenig Ahnung haben, weil diese Tests äußerst sensitiv sind. Aber Aussichten für Patienten haben sich schon verbessert. Als ich Assistent war, akuter Myokard-Infarkt hatte eine Mortalität von 30%. Dann haben wir Corona-Intensivstationen entwickelt, wo die Patienten auch defibrilliert wurden und beobachtet wurden. Das hat die Sache verbessert. Dann haben wir Reperfusionen durchgeführt und ASS und Beta-Blocker gegeben. Das hat auch verbessert. Und jetzt haben wir hier diese Brustschmerzambulanzen. Und wenn Sie jetzt in eine Brustschmerzambulanz auftauchen, das Erste, was gemacht wird, ist, Sie kriegen ein EKG. Und wenn Sie ST-Streckenhebungen haben, sofort ins Katheterlabor. Und wenn Sie das nicht haben, dann werden Troponin-I oder Troponin-T gemessen. Und wenn es sehr niedrig ist, dann kriegen Sie wahrscheinlich einen Freispruch. Aber man muss bedenken, akuter Lungenämbolus oder akute Myokarditis oder akutes Trauma könnte auch Troponin erhöhen. Und wenn Troponin erhöht ist, dann guckt man, naja, wie ist denn der Verlauf? Dann messen wir uns ein zweites Mal nach anderthalb Stunden oder vielleicht drei Stunden und dann guckt man, ob es rauf oder runter geht. Auch Abfall ist von Bedeutung. Nämlich das bedeutet eine Dynamik in den Troponin-Werten. Wie bin ich so klug geworden? Sodass man einen Algorithmus entwickeln kann. Ausschluss muss ich weiter beobachten. Katheterlabor und hier ist sogar eine www-Adresse. Oder Sie können das auf Ihren Telefon einbauen und dann können Sie die Patienten bewerten. So müssen die lieben Doktors in der Brustschmerzambulanz nicht unbedingt Raketenlissenschaftler sein. Die haben das alles auf dem Telefon. Wie weiß ich das alles? Durch diese Studie und ähnliche Sachen. Und diese Studie ist die größte Studie um die Sensitivität von Troponinen in der Vorhersagekraft für akutes Koronasyndrom festzustellen. Und hier war der Plan, eine Risikoauswertung zu entwickeln, das vorher sagt, ob jemand jetzt einen Myokard-Infarkt kriegt innerhalb der nächsten Tage oder vielleicht sogar stirbt. Und das ist gemacht worden anhand tausender Patienten. Nicht nur 20.000. 20.000 waren in einer Gruppe. Nämlich wenn man eine Skala entwickelt, dann muss man das verifizieren. Und dann muss man das vergleichen mit normalen Menschen oder mit Menschen, die reinkommen mit Brustschmerzen aus einem anderen Grund. Und das ist alles hier in sehr mühseliger Arbeit gemacht worden. Sie müssen es selber lesen, wenn Sie alle Details da wissen, genau wie das gemacht worden ist. Aber ich habe es ziemlich detailliert hier dargestellt. Und auch die Vergleichsgruppen von Patienten mit niedrigem Risiko für Myokard-Infarkt, Leute, die sehr suspekt waren, Leute, die ein hohes Risiko hatten. Und dann im Supplement kann man auch die Essays angucken, Abbott versus Roche-Diagnostik und dann die akute Population und dann die Vergleichspopulation und eine allgemeine Patientengruppe, die keine Brustschmerzen hatten. Und dann kann man diese Sensitivitäts-Sensitivitäts-Diagramme erstellen. Und ein perfekter rechter Winkel wäre ein perfekter Test. Na, ich muss schon sagen, diese Tests sind verdammt gut, nämlich diese Rockkurven sind sehr eindrucksvoll. Und das gilt für Troponin E genau wie für Troponin T. Das würde dann heißen, wenn ein Mensch reinkommt in Notaufnahme und Troponin I-Wert hat von 6 Nanogramm pro Liter und der bewegt sich weniger als 4 Nanogramm pro Liter innerhalb 1-2 Stunden, ist die Chance, dass der einen Myokard-Infarkt gehabt hat, weniger als 0,2%. So kann man den nach Hause schicken. Und das entspricht ungefähr die Hälfte von Patienten, die in so einer Notaufnahme aufschauen. Dies ist ein bisschen komplizierter, müssen Sie vielleicht selber angucken. sofortige Probeabnahme innerhalb einer Stunde oder zwei Stunden sind hier verglichen und wir wollen feststellen, welches von unseren Patienten sind hier in den grünsten Bereich, die wir nach Hause schicken können oder welchen sind in einem roten Bereich, die vielleicht ins Katheterlabor fahren sollten. Oder wo man, muss im Kopf behalten, akuter Lungenembolus oder Trauma oder Takotsubo-Syndrom und andere Sachen können auch zu Troponinerhöhungen führen. Und das muss man auch berücksichtigen. Das ist hier alles auch ausgewertet. Und hier ist eine Gruppe an Patienten, die keinen Myokard-Infarkt hatten und trotzdem Raucher und Diabetiker waren, die kein Risiko haben anhand ihrer Messung, die wir dann hier im grünen Bereich deklarieren wollen, sodass wir nach Hause schicken wollen. Also dies ist die ausführlichste Studie über dieses Thema, die es gibt. Aber ich glaube, wir können diesen Biomarker, muss sogar ein Skeptiker wie ich akzeptieren, der ist wirklich verdammt gut. Also, die meisten Gruppen dieser Patienten kamen aus Deutschland und diese deutsche Kardiologen haben sich hier sehr bemüht, obwohl das ist eine internationale Studie, fand ich ziemlich eindrucksvoll. Nächste Thema, Transkatheter-Orden-Klappen-Implantation, TAVI. Wie das funktioniert, haben wir hier schon mehrfach diskutiert und das ist wahrscheinlich jetzt die Behandlung der Wahl für Orden-Stinose. Vielleicht bei allen Patienten. Und genau wie beim Klavierspielen, der Pianist, der jeden Tag übt, macht wahrscheinlich weniger Fehler, als der Pianist, der nur einmal pro Woche oder einmal pro Monat übt. Und diese hirnrissige Brainstem, die Hypothese, hat man tatsächlich getestet. Und man hat Krankenhäusern verglichen, wo das vielleicht einmal im Monat oder einmal im Jahr gemacht wird, im Vergleich zu Krankenhäusern, wo das jeden Tag gemacht wird. Und dann hat man die Kardiologen entsprechend auch verglichen. Und wie wir erwarten können, wir gucken uns die Quartile an und die Krankenhäuser, die in der Pampa sind, machen dies weniger, als die Krankenhäuser, die in der Innenstadt sind. Und ob sie zertifiziert sind oder nicht und diesen ganzen anderen Sachen können sie dann selber angucken. Und dann gucken wir uns die Patienten an und die armen Schwarzen und die Hispanics tauchen mehr auf in der Pampa anscheinend als in der schicken Uniklinik in der Innenstadt. Und das ist hier alles auf dieser Tabelle beschrieben. Und eigentlich da ist eine ziemliche Streuung hier, aber wenn man die absoluten Unterschiede anguckt, fand ich die nicht so eindrucksvoll. Aber die ist da. Und umso mehr Übungen man hat, umso besser ist das. Und wenn man den relativen Unterschied uns anguckt, dann ist das eindrucksvoll. Und die Geübten sind halt besser als die Leute, die nicht viel üben. Obwohl es gibt Ausnahmen. Und wenn man dieses Sensitivitätsanbieter Analyse. Und das scheint diesen Eindruck stark zu unterstützen. Und wenn wir uns die Tavis angucken, die nicht durch die Femoralarterie laufen, gibt es viel weniger von denen. Aber das Ergebnis ist ähnlich. Umso mehr man übt, umso besser wird man. Das ist wahrscheinlich für alles so. Und dann Review im New England Journal geht es um Wachstumshormonen bei Erwachsenen. Und das Erste, was man wissen muss, ist, Wachstumshormon ist eine Sache der Dunkelheit. Und im Schlaf ist Wachstum, anscheinend passiert das Wachsen in der Nacht. Bei Männern und bei Frauen ist das ähnlich. Und tatsächlich gibt es Wachstumshormonmangel auch bei Erwachsenen. Bei Kindern wissen wir ja schon Bescheid. Und Wachstumshormon Excess kennen wir auch. Und dann Wachstumshormonmangel, Kraniopharyngiom, klar. Bestrahlung der Anhangstrüse, auch klar. Sarkoidose, Kopftrauma, Chirurgen haben die Drüse enorm, Adipositas, immunologische Gründe, klar. Also dies kann vorkommen. Ist nicht so häufig. Und dann was sind die Problematiken, die man hier berücksichtigen muss, wenn man Wachstumshormon Spiegel bestimmt, abgesehen von der Tages- oder Nachtzeit. Und da gibt es viele. Und dann wieder die Regel in der Endokrinologie ist, wenn du denkst, es ist niedrig, stimulierst und wenn du denkst, es ist hoch, unterdrückst. Und wie stimuliert man Wachstumshormon? Ja, man kann Insulin infundieren. Führt das zur Hypoglykämie? Manchmal kann man Argenin geben oder Glykagon oder Grelin oder IGF1. Alle diese Sachen können dienen als Wachstumshormon Stimulatoren. Und wie sieht das klinisch aus? Na, die Leute werden dicker und die Muskeln werden schlechter und die Knochen werden schlechter und psychische Veränderungen, soziale Isolation und ähnliches kann auch passieren. Und dann es gibt ja auch Kakexien, die erworben sind, HIV oder Krebserkrankung etc. Wo man vielleicht denken würde, Wachstumshormon könnte helfen. Gibt's auch Daten darüber. Und dann gibt's Hobby und professionelle Athleten, die sich dopen und Wachstumshormon wird hier angewendet und dann fällt's den alten Menschen wie ich mal ein, Mensch, dann nimmst du ein bisschen Wachstumshormon, fühlst du dich wohler und bist stärker und das wird hier alles diskutiert, die Risiken und was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist und was sinnvoll ist und nicht sinnvoll ist, wird hier alles diskutiert. Dann das Bild von letzter Woche war ja dieses, diese 68 jährige Frau hat diesen Therio-Glossal diese zistische Läsion in der Mittellinie ist vorne, hat Schluckprobleme, kann man rausoperieren, ist auch gemacht worden, es ging ihr besser. Dann kommt diese 72 jährige Frau in die Notaufnahme und behauptet, sie hätte Gas im Urin. Immer einen guten Grund, in die Blase mal rein zu gucken. Da guckt man rein und das sieht man hier, Sie sehen es nicht, aber Sie können ja im New England Journal gucken, da kann man die Bewegung hier alle in einem Video genießen, wie Gas hier aus durch einer Fistel hier rausströmt und dieses gelbe Material auch. Warum hat man eine Fistel zwischen Darm und Blase? Krebserkrankung, Gebärmutterhalskrebs war eine häufige Ursache früher. Diese Ursache bei dieser Frau war Gott sei Dank entzündlich, es war Divertikulitis und das konnte man reparieren, dann hört es mit dem Gas im Urin plötzlich auf. Dieser nächste Fall hat mich beschäftigt, weil es um eine 52-jährige Frau kriegt Herzenssuffizienz. Das ganze Theater geht über mehrere Jahre und letztendlich wird sie so schlecht, dass sie eine Zusatzpumpe brauchte und eine Herztransplantation. Man hat ein EKG geschrieben und da hat es einen links anterior fasäkulären Block. Das heißt, man hat eine scharfe links Herzaktion, aber ihr QRS Verweildauer ist noch im Normalbereich. Das bedeutet, dass der anterior Schenkel von dem ganzen linken Schenkel kaputt ist und das finde ich, ich wünschte, die hätten dieses EKG gezeigt. Das haben sie nicht gemacht, aber dann letztendlich wurde das kranke Herz herausgenommen und wir sehen hier Myocarditis. Was könnte das sein? Dann, nach ihrer Herztransplantation wird getestet für lauter Viren und das alles üblich, kriegt sie einen Ausschlag am inneren Oberschenkel und am Arm und der wird blass, wenn man draufdrückt. Sie hat auch ein paar Thrombosen, die sind aber im Unterschenkel und nicht im Oberschenkel und ob die damit direkt assoziiert sind, weiß ich nicht genau, aber diesen Ausschlag hat die Ärzte stützig gemacht. Dann erfahren wir, dass sie aus Zentralamerika kommt und das stellt eigentlich die Diagnose. Alle Menschen aus Südamerika und Zentralamerika die eine Herzkrankheit haben, die mit Überleitungsstörungen einhergeht, meines Erachtens haben Trypanosomiasis bis anders erwiesen, weil das so häufig ist in Zentral- und Südamerika. Das ist die häufigste Ursache von Myokarditis, die es in diesen Ländern gibt. Was kann ich darüber sagen? Dann wurde eine Diagnose festgestellt und die Kardiologin, die diskutiert, die zieht in Erwägung Infektionen, die vom Spender deriviert sind und wahrscheinlich man hat ja diese Viren alles mögliche auch gemessen oder eine Infektion, die eigentlich vom Empfänger kommt. Und die Tatsache ist, die aus Zentralamerika kommt, legt die Idee nahe, dass dies Trypanosoma Cruzi sein könnte oder Morbus Chagas. Und das ist das Thema hier. Und dann tatsächlich jemand macht ein Blutbild. Immer eine gute Idee. Und da sind sie. Das sind Trypanosomen. Und dann wird eine Myokardbiopsie gemacht und dann da sind Entzündungszeichen. Und diese elektronenmikroskopischen Bilder hier zeigen Bruchteile von wachsenden Trypanosomen, Kinetoplasten und ähnliches, was ich nicht so gut verstehe. Aber das hätte ich auch verstanden. Und das kann man in einem peripheren Blutabstrich, muss ein bisschen Geduld haben, vielleicht eine ganze Stunde die Dinge angucken, kann man auch finden. Und das induziert Myokarditis. Und da sind zwei Präparate, die sie zur Verfügung haben, um dieses zu behandeln. Und eins ist Benz-Nidazol. Und die Patientin hat Benz-Nidazol gekriegt und der Ausschlag ist wenigstens besser geworden. Und PCR-Testing für Trypanosomen ist auch besser geworden. Dann habe ich zu meinem großen Interesse erfahren, dass Alupoenol wird bei den Trypanosomen in einem Metabolin verstoffwechselt, das für die tödlich ist. Und Alupoenol ist harmlos, billig und ist vielleicht eine Behandlungsmöglichkeit für diese endemische Krankheit, die in Süd- und Zentralamerika so heimisch ist. Und die wird verbreitet durch die Raubwanze. Und Wanzen gehören zu der Insekten Ordnung. Insekten haben alle sechs Beine, Wanzen, Hermit Terra. Und dieses ist eine nette vegetarische Wanze, wie wir sie im Garten haben. Aber die sieht man sofort, das ist auch eine Wanze und das ist die Raubwanze und die verbreitet diese Dinger und die wollen man nicht haben. Dann habe ich auch einen Artikel gefunden aus Barcelona in Plus 1 und viele Südamerikaner die da fliehen die gehen nicht alle über Rio Grande viele gehen auch nach Spanien und hier hat man 500 Patienten untersucht und ich war daran interessiert dass die 20 beinahe 20 Prozent hatten so ein links anterior Hemiblock im EKG genau wie unsere Patientin hier im Journalist hat. Dann geht es noch weiter und hier sind sechs Patienten die eine Gesichtstransplantation unterzogen worden sind und man muss sagen Hut ab zu den Patienten und auch zu den Ärzten die denen geholfen haben nämlich diese Ergebnisse sind ziemlich akzeptabel sodass man damit leben kann anstatt sich verstecken zu müssen wie es präoperativ der Fall war und die Abläufe und können Sie hier gucken wie das dann war bei diesen Patienten und Lassen ist das erste Thema HER2 und HER ist der humane epidermale Wachstumsfaktor Rezeptor und es gibt vier Stück von denen und die können auch miteinander Dinäre bilden und die schicken Signale die sind auch im Herzen vorhanden nicht nur bei in anderen Geweben und im Herzen heißt dieser gleiche Rezeptor Neureglin und wenn dieser Rezeptor geblockt ist kann es sein dass Brustkrebse weniger schnell wachsen aber es kann auch zu Kardiomyopathie führen und das ist ein Problem und das ist das Thema weil wir ein Antikörper haben gegen Herz 2 und da Herz 2 positive Patientinnen mit Brustkrebs entspricht 30% werden sie für diesen Antikörper in Frage kommen dann ist die Frage sollte der 6 Monate gegeben oder 12 Monate gegeben werden und dazu gibt es zwei Studien und die erste ist die FAIR Study und hier sind Patientinnen mit Brustkrebs und Herz 2 positiv aber dann der Ausmaß der Positivität spielt hier auch eine Rolle und dann die anderen Behandlungen die sie gekriegt haben und ob Hormonrezeptor positiv oder negativ also die beiden Gruppen waren ähnlich 12 Monate gegen 6 Monate ich sehe hier keinen großen Unterschied was hier passiert ist weiß ich nicht genau das ist nach 11 Jahren aber und eigentlich die Patientinnen fahren so schlecht nicht das ist Gesamt Überleben hier und nach 11 Jahren sind 85 der Prozent der Patientinnen noch da aber da sind doch Unterschiede was kann es nicht genau lesen diese Risikoskalen anbelangt in 6 Monate versus 12 Monate und es schien so zu sein dass das 6 Monate Risiko bei diesen Patienten etwas höher ist obwohl in unterschiedlichen Untergruppen sehe ich da keinen großen Unterschied aber 12 Monate Behandlung ist ein bisschen rechts des Ausgangs wert oder was man erwarten würde wenn beide Gruppen gleich sind in diesem Forest Plot her und so folgern die Fair Studien Leute dass man sollte mit einer 12 Monaten Behandlung bleiben aber dann kommen die Persephone Leute und die haben das gleiche gemacht und diese Patientinnen sind etwas anders Details können sie in diesen Studien lesen aber im Prinzip war die Hypothese die gleiche und sieht so aus als wäre die Randomisierung okay gewesen und da waren keine Unterschiede festzustellen im Vergleich zu 6 Monaten gegen 12 Monate in dieser überhaupt nicht da liegen wir genau auf dieser 1 Linie hier in diesem Forest Plot sollte kein Unterschied sein zwischen diesen Behandlungsmöglichkeiten und diese Leute folgen im Gegenteil dazu dass 6 Monate sollten eigentlich reichen bei diesen Patientinnen im Vergleich zu 12 Monate dann gibt es Patienten die ASS brauchen oder Plättchenhemmung brauchen aus sehr guten Gründen aber eine Hirnblutung kriegen die vielleicht nicht so schlimm ist und dann ist die Frage darf ich das ASS oder was sie sonst kriegen wieder starten oder sollten wir das lieber nicht tun nämlich Hirnblutungen sind unschön man will die nicht haben das wurde hier getestet und hier sind Leute mit Hirnblutungen während ihrer Plättchenhemmung Behandlung sind randomisiert worden zu Restart oder Verzicht und die Gruppen waren ähnlich auch auch was was ihre Hirnblutungen anbelangt und wir können das uns alles angucken aber sieht so aus wenn wir das angucken die roten sind die stopper und die blauen sind die starter und die blauen sehen eigentlich ein bisschen besser aus und hier geht es um wiederholte Hirnblutung so sieht es so aus als könnte man diese Therapie gezielt doch lieber restarten anstatt auf diese Therapie zu verzichten bei Patienten die es wirklich brauchen dann Impfen für Polio wenn man flächendeckend Sabin Vakzin hätte geben können würde es Polio wahrscheinlich nicht mehr geben das Sabin Vakzin das ein lebendiges Vakzin ist das Leute in meinem Alter alle bekommen haben mit diesem Zucker Würfeln war wundervoll mit der Ausnahme dass vielleicht bei 1 von 1000 Menschen Polio oder eine Polio ähnliche Krankheit aufgetaucht ist so darf man das nicht mehr geben so jetzt müssen wieder wie bei Herrn Sork inaktivierte Poliovirus Impfstoffe gegeben werden und dann ist die Frage da die nicht so gut sind wie das Sabin Vakzin müssen die mehrfach gegeben werden dann ist die Frage im Raum kann ich das dieses inaktivierte Impfstoff so gestalten dass es einfacher zu geben ist und das ist im Prinzip was hier gemacht worden ist und hier ist die Antwort eine immunologische Antwort ob die Leute jetzt seropositiv gegen drei Polio Stämme werden oder nicht und da sind unterschiedliche Gruppen hier mit unterschiedlichen Kombinationen von diesem Polio Virus wenigstens haben die Kinder alle Impfstoff gekriegt gegen Polio Virus das schon etwas und wie viel sie in der Schule waren interessiert sie vielleicht weniger aber dass Kakexie bei diesen Kindern bei sechs bis sieben Prozent vorkam und Wachstumsretardierung ist traurig aber das war der Fall dies ist eine Studie aus Bangladesch und dann diese da sind drei Typen von Polio Virus ich glaube Typ 3 ist ziemlich ausgerottet aber das ist dahingestellt und dann gucken wir uns hier Non-Inferiority sind ist eine ist eine Schemata nicht schlechter als das nächste und können wir diese Impf Prozedere einfacher gestalten und darum geht es in dieser komplizierten Arbeit wenn sie damit zu tun haben in der Tat sah es so als könnte man dieses Impfschemata einfacher gestalten dann Übersicht in Lancet geht es um Fleischmangel ich meine jetzt das eigene Fleisch nämlich mit dem wenn wir chronisch krank werden verlieren wir an Muskelmasse Alter hoffe ich ist keine Krankheit aber da verlieren wir auch an Muskelmasse das kann man hier in diesem MRT sehen das sind 26 jährige im Vergleich zu diesen 85 jährigen und es gibt halt Muskelschwund mit zunehmendem Alter und das betrifft auch für die Muskelstärke und das wissen wir alles und Verlust an Muskelstärke führt zu Gebrechlichkeit und das ist das Schlimmste was bei alten Menschen passieren kann weil dann fallen sie hin und brechen was und das wollen wir vermeiden und um Muskelstärke zu messen ist Sport einfach und einfach der Handgriff Stärke hat eine Vorhersage Kraft die ist erstaunlich aber man kann auch die Leute bitten zum Stuhl hoch zu steigen oder wie weit sie in sechs Minuten gehen können und ähnliches und das wird hier diskutiert und die Gründe für Muskelschwund mit zunehmendem Alter mit kondriale Dysfunktion ist immer ein guter Grund oder dass unsere Satellitenzellen keinen Bock mehr haben und in die Apotheose wandern und ähnliches das wird hier alles diskutiert und hier ist halt Muskelstärke Griffigkeitsstärke große Verteilung wir wollen nicht hier unten sein wenn wir 90 Jahre alt sind nämlich dann sind wir gebrechlich und das ist in unterschiedlichen Studien hier bei Männer und Frauen untersucht worden was kann man dagegen tun Wachstumshormon zu nehmen wahrscheinlich nicht so eine tolle Idee auf den Beinen bleiben bestimmt etwas besser etc dann schließen wir ab wenn tatsächlich viel schneller im deutschen als im englischen erstaunlich dann schließen wir ab mit kommt ein Mensch rein mit einem spontanen Pneumothorax vorhin na Tuberkulose wäre eine Differenzialdiagnose aber wenn wir so ein CT machen und lauter Zysten sehen fallen einem auch andere Sachen ein dann kann man ja immer auf eine Anamnese zurückgreifen das ist auch hier gemacht und seine Schwester hatte auch einen spontanen Pneumothorax und einer seiner Töchter auch und dann lauter Leute in diesen Familien in dieser Familie haben irgendwas entweder in der Lunge oder an den Nieren und dies ist ein Beispiel von einem Lungen-Nieren-Syndrom das mit Lungen-Zysten und spontan Pneumothorax näher geht und dies ist das Birt-Hog-Dubé-Syndrom und das hat zu tun mit einer Mutation in dem Gen das für das Follikulin kodiert so dass die Haut Läsionen auch kriegen so Haut Hamatom das erinnert einen sofort an Tuberöse Sklerose wo ähnliches vorkommt und in der Tat der Ablauf hier bei diesem Follikulin hat mit der Amp-Kinase zu tun zyklisches AMP-Kinase die mit Energie Zellüberleben ähnliches zu tun hat und das gehört zu dem ganzen M-Tor Kreislauf und es wird auch die Hypothese im Raum gestellt dass man vielleicht mit einem M-Tor Hämmer diesen Patienten helfen könnte wie das bei Patientinnen überwiegend mit Lymphaniolium Myomatose und Archiomyolipome auch der Fall ist das war's für diese Woche kommt die nächste Woche wieder und die Spannung geht dann weiter es ist spannend diese Sachen sind doch total interessant ich wollte noch mal was anderes sagen